Ja, ein bisschen. Nein, ein Leben! Du bist reingefallen. Ja. Naja, war's genug. Hier geht's nicht weiter. Fuck, das ist nicht gut. Ich konnte mich da nicht gerade irgendwo oben festhalten, oder? Doch. Ich meine nichts zu haben. Nein! Doch da! Doch da! Ach, Feuerpower! Haha! Das ist ein Lichtschalter gewesen. Ich will ran! Ja! Halt, halt! Nee, 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 nee! Ah, ich kann nicht wechseln, Scheiße! Nein, nein, nein! Will ich hier lang, will ich hier lang, will! Zum Bouncer! Woah! Da hätte ich wechseln müssen! Fuck! Ich hasse diese Wechselspielchen! Nein! Ich will hier weg! Oh, Mann! Auf ein neues! Ich blick gar nicht mehr durch! Du musst Licht machen! Da ist... Da ist so eine Plattform! Genau! Da, auf die muss ich drauf! Fuck! Genau, oder einfach hier wechseln! Oh, Gott sei Dank! Das Lichtschub! Ich kenn' das Level mehr oder weniger! Nur, wo hier Emerald-Verstecke sind, weiß ich natürlich nicht mehr! Das Wichtigste weißt du nicht! Schämlich! Ach, Schnauze halten! Mach's doch besser! Kann ich ja nicht! Doch! Nö! Ups! Ich hab keine Playstation 2! Dann hol's dir halt für Gamecube! Irgendwas sagt mir, dass ich da unten noch will! Wäre ne Alternative! Dum, 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 dum. Ähm, ja. Ich glaub ich wollte ja doch nicht runter. Ich glaub du willst Licht machen. Ja, hahaha! Äh, nö! Ich hab schon wieder geloopt! Fuck! Verdammt! Scheiße! Ich glaub wenn's noch ne Stufe runter geht mit dem Licht, dann greifen sie an. Ja? Ich glaube ja. Ich glaub das ist nicht gut. Ah! Nein! Ja! Da hast du jetzt aber Glück gehabt. Halt's Maul! Du tust immer so, als wenn alles immer so scheiße knapp. Ja, das war doch knapp. Die hatten schon Hörnchen. Äh. Nichts was Hörnchen hat ist gut. Nein! Wieso reicht das so weit? Und auf den Stacheln gelandet. Ja. Das hast du, ich tue immer so knapp. Tust du doch auch. Bungiung! Das war doch knapp. Ja, das war knapp. Verdammt! Und jetzt wird's schön zerquetscherisch. Sand bitte! Mhm. Aufwärts! Und weh, man ist schnell genug. Ja. Mist ich habe ein problem und zwar ist er kein lichtschalter Mh! Mh nöööööööö. Lichtschalter bitte. Danke. Ich hasse diese Stage, ich hasse sie einfach nur! Ich habe noch keine sieben Verstecker gef- Ich bin so doof! ich habe richtig wurde wieder starten muss jaha am anfang von der ganzen sand scheißer vor allem schön dass mein zeitlabor auch gespeichert wird finde ich auch sehr unsozial nach den zehn minuten ist es geht sogar wieder auf null das ist doch schon mal positiv ja ach nee das ist naja ne mache ich nicht auch wenn sie mich etwas weniger weg ja doch kommt ja gleich licht damit ihr euch ziehen könnt voll gegen die wand das war nicht gut da sagst du zu mir du machst das nicht knapp ich bin schon genial ich habe diese zone nicht umsonst ich schwanke noch zwischen flying batterize zone und sender volle so und ich weiß noch nicht was ich schlimmer mag was auch die nächste stage magst du bestimmt auch nicht doch doch eigentlich schon gegen lavarief habe ich nichts einzuwenden feuer ist schön ja dann vor allem weil ich da auch noch weiß wo ein emerald versteck ist naja was heißt wissen ich kann es vielleicht finden sagen wir es mal so ich bin so dämlich ich mach es jetzt nicht wieder so knapp ich weiß dass oben ein lichtschalter ist nö diesmal nicht auch wenn es beim ersten mal geklappt hat auch wenn das beim ersten mal auch geklappt hat ja wollte ich gerade sagen das kommt mir bekannt vor ich weiß nicht ob ich da noch irgendwo anders hin konnte aber ich glaube nicht hallo hallo ich würde da gern rauf ja warte doch da einfach mal ja ja bist du ungeduldig jetzt nicht wieder zerquetschen lassen ja von dem teil hier ich hab mich da reingerallt ich weiß es nicht weil ich dumm bin genau wie jetzt das war nicht gewollt das war nicht wirklich wie soll ich an die ringe rankommen gar nicht scheinbar nicht kein glück ich weiß dass hier ein lichtschalter ist Gott sei Dank so langsam müsste auch der boss kommen ne also such zu 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017